willkommen freunde digitalen zeitverschwendung zu hannasaki.tv oder twitch.tv hannasaki zu stardomla 1.4 172 mods wir unterhalten uns gerade über die dumme dummheit kanalpunkte weil ich keine ahnung habe was das ist weil ich bin nicht modern wir machen weiter das ist die letzte aufnahme vor heute abend eine stunde eine anderthalb stunde mal gucken wie dann wir machen morgen geht es weiter wir haben noch mindestens zwei tage im game und dann gehen wir zu bett weil wir haben schon wir haben schon 23 35 und ja ja also kanalpunkte irgendwie nicht meins muss regnen mann was haben wir hier schönes bekommen eine ganze menge zeugs spring crops okay geil wir haben richtig viel bekommen gerade das brauchen wir brauchen wir sugar beets nein licorice nein kriegen wir auch wenn es für geld für geld für geld auch für geld cool grapeseed flower alles klar geil okay wir können eine menge geld machen cool eine andere hat was wo drin wo er für 7500 kanalpunkte für 15 minuten eine pferde maske aufsetzt ok ok ja ok neue haben probleme so cabbage ist auch abziehbar geil 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 ich habe ein probleme ich habe ein problem ich brauche saatgut ich habe noch drei keil ich brauche eine menge keil ich habe jazz seeds ich habe jazz seeds also verwenden wir jazz seeds geil perfekt okay sehr gut jazz seeds richtig eingesetzt sehr gut so die musik könnte ruhig mal lupen ständig die musik hier ausfällt echt ich werde direkt nach dem stream werde ich nach der mod suchen dass man die spielmusik lupen kann weil mich mich nervt es total dass die musik nicht gelobt wird mich nervt es total ich brauche definitiv mehr kale potatoes sollten hoffentlich reichen die frage ist halt auch sollen wir noch ein forage run machen müsste eigentlich theoretisch in die mine und wir haben nicht so viel zeit aber forage ist halt so wichtig im moment ich glaube wir machen ein forage run ich brauche auch eine bessere ich brauche echt die bessere gießkarte ist heute nicht irgendein geburtstag ne gestern war der geburtstag von louis ne scheiße ich glaube wir haben den geburtstag von louis ne fuck wir haben den geburtstag von louis verpasst das ist schlecht okay oh die tulip ist fertig okay wir müssen noch mal wasser holen oder wahrscheinlich wahrscheinlich halt tulip tulip ist doch etwas für ähm tulip 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 ich hab zwei von denen ne genau dass die halt auch andersfarbig sind ist halt so ein scheiß dass die musik einfach nicht loopt echt das ist schon 9 am ist nicht demnächst auch das festival wo man strawberries kaufen kann ich glaube schon das gras hier weg machen damit man mal laufen können so ein horseradish und eine morrow ne zwei horseradish ne daffodil und ne morrow ohne league ok die league können wir entweder verkaufen oder für energie nehmen die horseradish 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 ähm genau so jetzt fängt die musik an ok ok ähm das ziel ist die mine heute da ist noch ne dandelion ähm wie komm ich denn da am besten hin ähm doch ganz außen rum doch ganz außen rum ey so ein scheiß ok ähm so um salmonberries mach ich mir am allerwenigsten sorgen deswegen können wir die jetzt für energie benutzen sie ist sowieso silber das ist gut kommen wahrscheinlich erst gegen gegen 13 uhr oder so in die mine ist nicht optimal aber es ist ok ich bin aber überlegen fünf kale seeds zu kaufen bei bei pierre ok mit der spring onion habe ich die letzte spring onion gefunden klasse ok spring onions sind fertig sehr gut ja spring onion sind fertig das ist gut mhm 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 quest sardine ja dann mach mal sardine ich nehme mich für energie die verkauf ich uh die morals waren normale quali sehr gut ähm 7 kale ich habe noch 3 jetzt haben wir 10 kale 10 kale ist gut so jetzt kriegen wir einen haufenweise bonis oh wir kommen erst um 14 uhr wahrscheinlich in die mine aber wir kriegen so viel auf die reihe dass es nicht so schlimm ist da ist noch eine daffodil gold gold ist gut die 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 Spring Onion behalte ich für Energie, das bleibt im Inventar für Energie, das auch, das Nuts, das kommt weg, das kommt weg, genau. So, wenn wir das jetzt abgeben, nochmal sortieren, dann ist Horse Reddish fertig. Spring Onion sind fertig und Daffodils sind fertig. Wir brauchen nur noch Leak und Morals und Cave Carrots, vor allen Dingen brauchen wir Cave Carrots. Unser Ziel ist jetzt also Cave Carrots zu sammeln. Okay, das Ziel ist also Cave Carrots. Wir haben nicht so viel Energie, aber dafür haben wir zwei Salmon Berries und fünf Snacks. Und wir haben einen Mushroom zur Not auch noch gefunden. Uh, was denn das? Normal, sehr gut. High End. Okay, können wir zur Not für Energie verwenden. Leaks sind richtig gut für Energie. Okay, ähm, sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir zehn Level in der Mine. Und keine Items. Mensch, ist nicht schlimm. Vielleicht schaffen wir zehn Level in der Mine. Das wäre richtig erfolgreich. Wie viel Glück haben wir denn? Plus drei Prozent. Mhm, damit können wir was machen. So, bitte lass hier noch... Jawoll, ein Item mindestens sein. Oh, noch ein Pilz. Uh, noch mal bessere Quality Pils. Gut für Energie. Die Defo-Dill ist leider nicht normal. Schade. Okay, das bedeutet, das packen wir runter, dass das also alles für Energie jetzt hat. Also stopfe ich mir als allererstes mal den Mushroom und die Salmon Berries rein. Ach komm, den zweiten Mushroom schraube ich mir auch noch rein. Die Spring Onion auch. Ist die Energie fast voll und das Inventar ist super leer. Die Gießkanne habe ich leider dabei. Egal. Wir wollen Cave Carrots haben. Sprich, wir müssen die Minen kaputt machen und wir müssen auf Dictars hoffen, weil die droppen die, soweit ich weiß, auch. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Kisten. Schade. Oh, schade. Sehr gut. Oh, schade. Da unten ist noch eine Kiste. Wir haben leider noch keine gute Spitzhacke, sonst würde ich die ganzen großen Steine hier mitnehmen. Damit wir ein bisschen Steinvorrat sammeln, aber die Zeit haben wir nicht. Und Energie vor allen Dingen. Ist hier noch einer? Ja. Na, immerhin eine G, oder? Wir haben gar nicht so viel Zeit. Es war ihr. Es war ihr. Oh, amitess. Oh, Motteninvasion. Oh, Motteninvasion. Hallo? Ich meine, ich brauche Bankenmeat, so ist es nicht, aber nicht so viel. Hoffen wir mal auf ein paar Cave-Carrots. Jawoll. Oh, das Inventar ist voll. Ähm. Wir haben wieder zwei Rice-Shoots bekommen. Okay. Ah, super. Okay, Level up. Ah, ne Crab. Crab ist nicht schlecht. Crab ist nicht schlecht. Äh, ich brauche ein größeres Inventar. Hardwood nehmen wir weg. Crab nehmen wir für den Moment auch mal weg. Crab ist 100 wert. 100. Der Deutsche sprengt sich den Weg durch den Tunnel, denn er ist ein guter Mann. Er weiß, wie er die Sprengstoffe zu benutzen hat. 4. 2 Cave-Carrots. 4. 4. Jetzt haben wir 5. 5 ist gut. 5 ist sehr gut. Oh, da ist die Treppe. Cool. Uuuh, okay. Quast. Pass. Uuuh, geil. Hm, 10 Level ist doch optimistisch. Cool. Wir haben bei 20 angefangen, glaube ich. Wenn ich eins gelernt habe beim Scharfe-Kanten-Stream ist, dass ich nicht zählen kann. Wir haben auf jeden Fall genügend Kupfer jetzt, für mindestens zwei Werkzeuge und mindestens zwei Tepper noch, weil ich möchte mindestens pro Baumtyp, möchte ich mindestens drei Tepper eigentlich haben, aber zwei wäre für den Anfang echt okay. Und wir kriegen gerade echt gut Kupfer und nicht unbedingt gut Kohle. Wir haben aber zum Glück eine Coal Plant über die Rare Seeds, äh, Mixed Seeds bekommen, was uns sicherlich vier oder fünf Coal geben wird. Normalerweise, normalerweise sollte ich Level 30 schaffen. Wenn ich jetzt relativ gut den Abstieg finde. Wenn ich relativ gut den Abstieg finde. und unten die Kisten aufgemacht habe. Dann rennen wir nach Hause. 15 Energie noch, ich muss noch einen Snack essen, Mist. Boah, geht man dann auf den Zeiger. Gott, gib mir eine Waffe. Die Cave Carrot, Cave Carrot ist gut. Wow, kriegen wir viele Edelsteine. Tausend haben wir über die Edelsteine gerade bekommen. Sehr gut. Gut. Wir haben eh keine Energie mehr. Wir sind weit gekommen. 30 ist gut. Wir sind 10 Level für Eisen. Das bedeutet, wir sind 10 Level davor, die Axt auf mindestens Level 2 zu heben. Jawoll. Zip. Bleib stehen. Habe ich was zum Schenken. Topaz. Schenken. Zack. Aus 25. Gold. 100. Gemacht. Sehr schön. Das war ein guter Run. Der war echt okay. Der kleine Glow Ring, der ärgert mich immer noch. Dass ich den nicht gekriegt habe, dass der außer Reichweite war. Das war ultra ärgerlich. Immer noch. Dandelion. Das. 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 Ich brauche nicht so viele Earth Crystals. Ich habe so viele Earth Crystals. Brauche nicht so viele. Weg damit. Cave Carrots sind super. Quarz. 11. Muss ich behalten. So. Rice Shoots. Nehmen wir auch gleich wieder 2. So. Ah. Die Edelsteine. Die Edelsteine. Nein. Die Edelsteine bleiben hier drin bitte. So. Stein des. Hier rein. Die Geoden nehmen wir mit. Das kommt hier rein. Genau. Ich nehme mir jetzt noch ein bisschen Holz. Mach mir noch eine Kiste. Und in die Kiste kommen die ganzen Items. wo ich für das Community Center verwenden möchte. Das Community Center wird pink. Ab in die Schmelzerei. Okay. So. Community Center. Rice ist nicht für das Community Center. Okay. Das ist für das Community Center. Das ist zum Anbauen. Okay. Okay. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer und immer näher. Super. So. Habe ich noch genug Energie für was? Ich könnte noch einen Baum fällen. Wunderbar. Und ich kann noch drei Sprösslinge aus dem Boden rausziehen. Ich habe hier gesehen. Hier war ein Pine Tree. Maple. Fuck. Ist hier irgendwo noch ein Saatgut gewesen. Da ist noch ein Saatgut. Warum gehen die alle kaputt? Einen kann ich noch hauen. Wunderbar. Ein Energie nur noch. So. Mit viel Glück regnet es morgen. Wir haben aber nicht das Geld dazu. Es bringt also gar nichts wenn es morgen regnet. war. Wobei wir haben 1100. Wir haben gut Geld eigentlich gemacht. Wir könnten 2000 haben theoretisch. Wenn es morgen schiffen würde. Ja. Ich glaube der Luck Skill ist kaputt. 3.000 gemacht. 3.000 ist richtig gut. Regen. Sonne. Shit. Ich gebe die Axt ab. Ich gebe die Axt ab. Oh. Ich habe ganz vergessen, dass ich Katze ausgewählt habe. Egal. Das haben wir wohl Picks. Ich bin allergisch gegen Katzen. Nur so. Oh. Irgendwann modde ich mir eine Guillotine rein. Und dann. Äh. Ja. Da sie weiß ist. Nennen wir sie Yuki. So. Wir haben offiziell eine Katze adoptiert. Na dann. So. Was kostet eigentlich ein normaler Sprinkler? Iron Bar. Ah. Iron Bar. Das ist teuer. Iron Bar. Aber ich habe es ja im Intro gesagt. Fast alles von dem Spiel ist angepasst. Es gibt kaum was in dem Spiel was normal ist. Wir brauchen eh Holz für extrem viele Sachen. Es kommt ganz gut, wenn wir die Axt upgraden. Es wäre natürlich mega Pech, wenn dann morgen Sonne werft. Äh. Wenn morgen regnen wird. Das wäre halt mega Pech. Das wäre so viel Pech. Das passiert garantiert. Weil ich bin. Oh Gott. Wie die Energie runter geht. und wir müssen wasser nachladen das schlimme ist wir können mit koffe auch so wenig machen wir haben wir haben keine kein tag und an um einen tag ranzukommen brauche ich ein pincep ist unterwegs aber es dauert eine weile bis wir von der von dem ding profitieren so fünf das passt das kühle sind immer fünf wo wir da bekommen irgendwie irgendwie sind es immer vor mich umweg gemacht irgendwie sind es immer fünf guck mal was in der mine abgeht ich habe keine energie für das was ich gerade vor ab nein was geht eine mine ab ich muss die quarry mal lernen morgen werden wir die quarry lernen ist der letzte tag wahrscheinlich bin ein bisschen müde wir werden morgen aber definitiv weitermachen ich habe echt lust auf diese karte ich finde die die map ist richtig gut gemacht ich sehe den pils ich sehe den salm und berry oh ich sehe noch eine salm ich sehe noch ein horseradish monet Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich brauche alle Energie, die ich eh kriegen kann, aber nicht von Wild Horse Reddish. Mein Strand haben wir ja auch schon lange nicht mehr gecheckt, er könnte auch ziemlich voll sein. Er könnte auch ziemlich voll sein. Nichts umdrehen, wir gehen über Sophie und dann gehen wir über den Strand und dann gehen wir zu Clint. Genau, dann gehen wir über Clint. Dann geben wir die Axt ab, dann ist die Axt schon mal auf Kupfer. Gott ist die toll. Die ist so anime, wie es nur sein kann. Ich sehe Forage. Oh mein Gott. Die hat mir einen Quality Sprinkler gegeben. Oh mein Gott. Die hat mir gerade einen Quality Sprinkler gegeben. Boah ist die cool. 3000. Okay. Die hat mir gerade einen Quality Sprinkler gegeben. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Kann ich dir irgendwas schenken? Salmonberry bringt gar nichts. Dann rede ich wenigstens mit dir. Zwei Punkte sind zwei Punkte. Doesn't still work. Ich habe im Inventar. Die hat mir Quality Sprinkler gegeben. Oh mein Gott. Das ist ein super wertvolles Item. An dem jetzigen Zeitpunkt im Spiel. Das ist ein super wertvolles Item. Das ist ein super wertvolles Item. Das ist ein super wertvolles Item. Einfach mal 600 gerade bekommen. Ich habe gerade einfach mal 600 bekommen. Okay, was ist das für ein Tag? Ich habe ein Minus zu Glück. Es bringt mir gar nichts, dass es in High-Quality ist. Es muss Normal-Quality sein, was ist das für ein Tag? E-Quality Sprinkler! 600 Gold! Okay, es ist nicht die... Okay. Na da ist mein Happy. Ist übrigens eine Stardew Valley Enhanced, äh, Expanded Cutscene. Ist nicht im Original. He's a good boy! Einfach mal 3 Starfish. Klasse! Oi Clint! Machen wir mal Upgrade hier. Nicht wundert, dass hier mehrere Einträge sind. Das ist ganz normal, weil ich Rush Order habe. Ich kann quasi einstellen, dass ich das Doppelte oder das Vierfache zahle, um es nach einem Tag oder nach... oder sofortig fertig zu haben. Heute ist Vincents Geburtstag, aber ich habe nichts, was ihm gefällt. Oh, Closed on Wednesdays. Dein Ernst? Das ist mal wieder mega spät. Es wird Zeit, dass ich Koffee mache, weil ich muss schneller rennen können. Aber, 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 aber... Wir haben eine ganze Menge Zeug im Inventar, das weg muss. So, Leaks sind somit fertig. Fett. Denn Daffodils sind fertig. Auch sehr fett. Und ich habe den perfekten Ort für den Sprinkler gerade gefunden. So, und bevor wir in die Mine gehen, verlieren wir noch mehr Zeit, weil wir gehen kurz an den Strand. Und gucken, was im Strand los ist. Ich meine, theoretisch könnte ich in meine Quarry gehen, aber ich brauche Level. Für das da hinten verliere ich so viel Zeit. Das machen wir nicht. Aber dafür haben wir hier eine Coral gefunden. Und das brauchen wir theoretisch auch alles. Dementsprechend heben wir es auf alles. Ja. Also auch hier rein. Zack, zack, zack. Das ist falsch. Ich brauche theoretisch Geoden für Field Research. Okay, go. Run! Wow, drei Kohle. Im Boden. Das ist borderline gut. Wow, wir sind erst vier PM in der Mine. Fünf Level kriegen wir maximal hin. Nja. Nja. nirgendwo legt ein item hier weiß ich 40 wäre echt schön aber daran glaube ich nicht aber der glow ring macht sich sehr bezahlt gerade ich habe einen kupfer legen lassen sehr gut jeden edelstein mitnehmen jeder edelstein ist kohle wert ich krieg aber gerade massig geoden und überhaupt kein kohl ich hab schon wieder kupfer liegen lassen egal speed level 40 wäre so hervorragend es ist genügend zeit wir essen alle drei fields nix jaja 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 level 40 ist doch realistisch jetzt was können die denn droppen nichts besonderes das kämpfen lohnt sich um die geode cool aber von denen brauche ich auch zehn für field research so doof so 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 sehr gut ein level noch und dann sind wir endlich bei eisen angekommen dann können wir uns bemühen alles auf eisen abzugraden was ein massiver schritt nach vorne wäre super eines der schönsten icons die frozen tier ist jetzt auch endlich verfügbar ich finde es ist super hübsch gemacht ich brauche unbedingt eine neue waffe und slimes wären endlich gefährlich es gibt aber noch weitere vorteile ab hier können glow und magnet rings droppen mit voller stärke was auch sehr praktisch ist hier können auch ganz andere sachen droppen die richtig viel energie zurückgeben oder jahre jahre ist auch nicht schlecht unser erstes eisen auch ernst wirklich okay ich kann nichts mehr hauen aber vielleicht kann ich noch ein monster killen das ist gut vielleicht kriege ich noch was wie eine frozen tier zum beispiel äh frozen geode das ist halt schade dass ich das jetzt nicht mitnehmen kann oder vielleicht doch frei gebombt wie geil frei gebomb Ah, wie geil. Wie geil. Einfach mal freigebompt. Ah, sehr gut. Richtig gut. So, was legen wir hier ab? Das, das... Die Geode kommt definitiv ins Museum. Äh, die Frozen Tear, meine ich. Und dann die Ader. Das kommt noch hier hin. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Okay. Ich habe ganz vergessen, dass der Button mittlerweile existiert. Zack. Ich bräuchte noch eine zweite Kiste für... für Artefakte. Kiste. Zack. Genau. Ah, ich brauche auch 10 von denen. Von Topaz. Weißt du was? Dann verkaufen wir den net. Dann hauen wir den Topaz hier rein. Und hauen das Zeug hier rein. So. Das sieht schon toll aus, muss ich sagen. So. Kann ich denn irgendwas kochen, wovon ich mein Eggplant könnte ich niemals haben zu dem Zeitpunkt? Stir-Fry. Das könnte theoretisch gehen. 200 bekommt man davon. 200 ist echt nicht schlecht. Das ist ein kompletter Regenerierung. Okay. Das bedeutet, wir gehen sleep for the night. Gucken, was am nächsten Tag noch passiert. Ich nehme den Luck Skill raus. Weil der Luck Skill ist nämlich Bröken. So. Wann war es das vor heute Abend? Wir haben eine Menge Stadu gezockt. Es ist Sonne, Gott sei Dank. Dann habe ich mich nicht verhauen. Okay, Andy will noch mit uns sprechen. Ich meine, wir werden das Gespräch morgen nochmal sehen. Wir klicken mal ganz kurz durch. Ja. Ich weiß. Krähen. Deswegen habe ich Scarecrows bereits gesetzt. Brauchst mir das nicht sagen. Ist aber nett gemeint, Andy. Cool. Green Beans wären fertig. Das wäre richtig viel fertig. Das wäre unser Magui, was auch immer Magui ist. Shaded Violet. Cool. Muskmelon. Cool. Cool. Und wir hätten als Brief Robins Axt. Okay. Das heißt, das war's für heute. Wir gehen ins Bettchen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das ist Hanasaki TV. Beziehungsweise Live Play war das jetzt. Auf Twitch.tv. Slash Hanasaki. Es hat mich gefreut, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn ihr das ganze auf YouTube schaut. Meine Twitch Zuschauer an den guten HabKinder, der wieder da war. Vielen Dank. Ich bin Twitch Affiliate jetzt. Mensch. Wey. Wenn ihr mir Geld zuschieben wollt, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Bits, Tits und Abonnements und mein Amazon Partner Link unten in der Beschreibung. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.